Damen und Herren, herzlich willkommen und hallo zu Let's Info Volume 64. Ich bin Salimsy Muffix und ich entschuldige mich mal wieder, dass wir uns so viel Zeit gelassen haben. Ich glaube, drei Monate sind wir schon wieder hier seit dem letzten Let's Info. Dafür entschuldige ich mich, aber nun ist es mal wieder Zeit. Wir reden über aktuelle, kommende und sonstige Projekte, die auf diesem Kanal irgendwann mal hoffentlich in nächster Zeit erscheinen. Und ja, fangen wir einfach gleich mal an mit den aktuellen Projekten. Da haben wir ja vier in der Zahl. Alle sind fertig aufgenommen. Das gab es schon lange nicht mehr. Deswegen kann ich jetzt die ganze Spannung hier hochladen. Wir machen das so aktuell, dass wir... Fangen wir mit Batman Arkham City an. Batman Arkham City ist mit 32 Parts fertig aufgenommen, wird also Mitte Juni dann fertig gehen. Ich werde danach noch nicht direkt mit einem anderen Batman Projekt beginnen, aber irgendwann in nächster Zeit wird dann Batman Arkham Souls kommen. Ich muss nur irgendwann mal das Ladekabel für mein Wii U Gamepad wiederfinden. Dann wird es kommen. Also ich sag jetzt mal, im dritten Quartal hier des Jahres kann man damit rechnen. Dann haben wir das hier am frischsten... frischste... frischste aufgenommene Projekt. Nino Kuni 2 ist ebenfalls fertig aufgenommen mit exakt 59 Parts. Für den 60 hat es leider nicht gelangt. Nino Kuni 2 kommt ja aktuell im 2-Tages-Rhythmus aus, wie auch Batman Arkham City. Aber nach der Beendigung von Red Dead Revolver wird es im Tages-Rhythmus kommen und dann auch Mitte Mai enden. So, und dann haben wir noch Yakuza Kiwami. Kommt täglich aktuell. Ist fertig aufgenommen. Ist ein Spiel wirklich, was mich so verdammt überrascht hat. Ich liebe inzwischen... Ich wollte ja schon lange mit Yakuza beginnen und mit diesem Spiel habe ich mich echt verliebt. Mann, ich spiele es gerade immer offline. Also mit dem Let's Play bin ich schon fertig. 70 Parts sind es, also es ist noch ziemlich lang. Wir werden jeden Tag ein Part aufnehmen und dann so am Anfang Juli werden wir dann fertig sein. Also die Hälfte des Projektes ist ja schon oben. So, und dann haben wir die Schließung von Red Dead Revolver. Ein kurzes Projekt ist mit, ich glaube 16 Parts war es, fertig aufgenommen. Ist sogar schon hochgeladen. Wird dann veröffentlicht jetzt über den nächsten Tag 16 Parts. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. Aber dauert dann immer allzu lange. So, aber jetzt wird es erstmal spannend und zwar zu den folgenden Projekten. Ich bin dann ein bisschen immer am, ja, schauen, wie, was. Aktuell haben wir jetzt ja eher eine Phase, wo jetzt nicht so viele aktuelle Spiele kommen. Ich muss jetzt sagen, das tut mir jetzt zwar ein bisschen leid, aber Quantic Dreams, schönes Spiel hier. Ähm, Detroit Packer Moment habe ich jetzt nicht gekauft, Mann. Ich warte vielleicht noch ein bisschen, bis er billiger ist. Ähm, aber let's play, wenn wir es erstmal nicht. Das tut mir jetzt leid, das habe ich ja eigentlich, ich warte schon so hochgehalten, Mann. Aber dann hatte ich Yakuza und mit Yakuza da, da wollte ich einfach nur Zeit verbringen, Mann. Und das hat mir immer so viel Spaß gemacht, da konnte ich gar nichts anderes spielen. So, dann aber jetzt zu den nachfolgenden Projekten. Denn da haben wir jetzt noch ein aktuelles Projekt und zwar Vampire, das Spiel der Life is Strange und natürlich Remember Me, was die Leute mal vergessen, haben sie auch gemacht. Ein, ja, besser verschenktes Potentialspiel, aber trotzdem ziemlich schön. Ähm, Vampire starten wir Anfang Juni dann, 5. oder 6. Juni kommt das hier raus und wird danach Red Dead Revolver das folgende Projekt sein. Dann wird erstmal im 2-Tages-Rhythmus kommen, bis es wahrscheinlich dann irgendwann im 2-Tages-Rhythmus kommt. Aber Anfang, immer so mal einpendeln im 2-Tages-Rhythmus. So, Nidokuni 2, äh, wenn es vorbei ist, braucht man ja ein neues Japano-RPG, weil wir müssen ja zumindest ein Japano-RPG hier aufhalten. Und ich habe es ja schon lange angekündigt, es ist ein neues Tales-Spiel. Welches sage ich jetzt noch nicht. Ähm, aber ich habe es eigentlich schon in mehreren Videos irgendwie angeteasert, Mann. Ich bin ungefähr mit der Hälfte des Spiels durch. Ich müsste jetzt lügen, aber ich kann ja mal auf meine Aufnahmesession schauen. Ich glaube jetzt 8 oder so haben wir es schon. Oder mehr. Ah, L sind es schon. Also, äh, haben wir inzwischen schon über 40 Parts. Ähm, ungefähr 2-Titel des Spiels habe ich. Ich bin aktuell in so einer kleinen Phase, wo ich ein bisschen grinden müsste. Deswegen hängt es ein bisschen. Aber wird, wie gesagt, starten und er wird dann nach Nidokuni 2 kommen. Ähm, und Tales sind immer gut, Mann. Ist nicht das beste Tales-Spiel. Also, da sind eher sowas wie Vespero oder so. Vespero wird irgendwann mal auch gemacht. Definitiv, wenn es irgendwann mal abwärtskompatibel ist auf der Expo-Spun. Aber wann das der Fall sein wird, ich weiß es nicht. Fragt Microsoft nicht mich. So, ähm, und, ähm, dann haben wir, äh, Yakuza Kiwami und Batman Arkham City. Ich muss sagen, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, weil es wir jetzt Nachfolgeprojekte machen. Ich habe da jetzt ein bisschen was im Petto. Äh, und zwar, ähm, Rated Redemption muss natürlich jetzt immer mal angefangen werden. Dann, das wird wahrscheinlich dann noch starten, werde ich jetzt wahrscheinlich mal anfangen aufzunehmen. Und dann wahrscheinlich nach Batman Arkham City starten. Ähm, und nach Yakuza Kiwami werde ich dann eins von mehreren Spielen machen, die ich gerade zur Auswahl. Äh, könnt ihr ja gerne sagen, wenn euch was davon interessiert. Dann wird es natürlich als erstes kommen. Da habe ich nämlich drei Spiele aufgenommen. Bionic Commando, ein sehr überraschender Spiel. Ist im Endeffekt Spider-Man. Äh, nur ein bisschen anders. Äh, 17 Parts lang. Ist nicht allzu lang. Aber es ist ziemlich cool, hat mir jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann, das wird es weniger interessieren, wer wird das Assassin 1 Schleich spielen. Ist ultra schlecht, Mann. Aber es hat irgendwie Laune gemacht, das zu spielen, Mann. Und wollte ich lange spielen. Schon, wie gesagt, ähm, das können wir machen. Und dann habe ich noch zwei Wii-Spiele. In Petto, die habe ich jetzt auch erst in letzter Zeit aufgenommen, weil ich endlich meine Wii ausgepackt habe. Mal wieder meine Wii U. Und da gespielt habe. Und zwar, das eine ist Mad World. Oh, das ist indiziert. Darf ich das wohl sagen? Ach, das scheiß ich doch drauf. Äh, ein Hack'n'Slash war zwei Spiel. Sin City. Mann mit Ketten wegen zersiebelt alles. Hip-Hop-Musik und krasse Endfights. Und dann habe ich noch als viertes Spiel. Das habe ich jetzt auch fertig aufgenommen. Ähm, mit ungefähr 30 Parts. Treasure Dreams. Ein schönes, äh, Horror-Japano-Gedöns-Rollenspiel. Sehr wenig Horror, sehr viele merkwürdige Charaktere. Und ein ziemlich schönes Ende habe ich. Wann habe ich denn das durchgespielt? Montag. Ja, Montag habe ich Ninokuni, Treasure Dreams durchgehauen und Mad World am Sonntag. Das war ein produktives Wochenende ausnahmsweise mal. Ähm, also wie gesagt, da habe ich ein bisschen was im Petto. Und das wird ja dann irgendwann mal kommen, so in nächster Zeit. Äh, und, oh, ein Spiel habe ich auch noch. Das habe ich, äh, ganz vergessen. Ich habe aktuell ein bisschen viel so kürzere Projekte mal wieder aufgenommen. Also meine Japan-RPGs und die dauernd 100 Jahre. Und zwar Killzone Shadow Fall. Ähm, der finale Teil der Killzone-Serie. Nicht ganz so gut, äh, muss ich leider sagen. Aber, äh, wir haben es zumindest dieses Killzone-Franchise hinter uns. Und das wird, wie gesagt, starten. Äh, 23 Parts. Also Leute, sagt gerne, was euch am liebsten wäre. Äh, also ich muss sagen, das wird wahrscheinlich dann, wie gesagt, noch ein weiter dauern. Weil das wird wahrscheinlich erst, naja, Kusekewami kommen. Ähm, aber da hatten wir was zur Auswahl. Also mein persönlicher Favorit wäre jetzt Bayern und Commando, weil das auch wieder ein bisschen kurz ist. Aber ich muss sagen, das beste Spiel von den Frasier Dreams in meinen Augen. Aber, wie gesagt, wenn ich nichts höre, dann kommt Bayern und Commando. Ja, so, ähm, dann, ähm, noch Entschuldigung. Und zwar, ich, äh, das habe ich ja schon mal angesprochen. Ich wollte ja eigentlich mal so, äh, Videos machen, wo ich ein bisschen rede. Und ich hatte da so ein schönes Transformers-Thema. Und ich habe das gerendert, das 20 Minuten ist das beste Video überhaupt. Nein, aber ich habe mir da schon ein bisschen Mühe gegeben, Mann. Und dann irgendwie ist mir was bei den Aufnahmen passiert. Und jetzt ist meine ganze Arbeit weg. Und alles müsste ich nochmal neu machen. Deswegen bin ich da aktuell ein bisschen demotiviert. Ich habe immer im letzten, letzten Info irgendwann im Januar gesagt, dass ich so Videos machen wollte. Ich habe da noch zwei andere Themen schon. Aber ich bin da aktuell ein bisschen demotiviert. Weil, wie gesagt, alle von meinem ersten Video Sachen sind gelöscht. Und da weiß ich nicht, ob ich das nochmal mache. Da bin ich immer ziemlich schnell beleidigt. Ähm, aber vielleicht irgendwann in der nächsten Zeit wird da was kommen. Aber ich kann es nicht versprechen. So, aber dann haben wir nochmal wieder was Positives. Und zwar kommende Projekte. Ja, ich habe ja aktuell gesagt, aktuell gibt es nicht so viel mit der Ausnahme hier von Vampire. Was hier in der nächsten Zeit kommt. Aber das Jahr ist ja noch lang. Und wir haben noch einige Spiele, die kommen werden. Da haben wir zum einen Dragon Quest 9 Anfang September. Spider-Man Anfang September. Und Yakuza Kiwami Ende August Anfang September. Am 28. August. Also das ist ja fast September. Also das wird eine krasse Zeit werden. Weil wir da gleich drei aktuelle Projekte durchhauen werden. Äh, ich muss sagen, ich freue mich sehr auf Yakuza Kiwami 2. Weil, wie gesagt, Yakuza Kiwami 1 ist das aktuelle Spiel, was ich ein bisschen suchte hier. Äh, aber auch aufs neue Spider-Man. Alter, Mann, das ist von den, äh, in Famous machen, Mann. Und Famous ist vielleicht das beste Open-Welt-Super-Heldenspiel. Äh, und da von Spider-Man, Mann. Das ist cool, Mann. Ansonsten, äh, ja, ihr wisst ja immer, was ich plane. Ihr seht es ja eigentlich immer. Ähm, ich will irgendwann mal meine Spider-Man-Spiele machen, die ich mir alle gekauft habe. Die laufen halt immer so schwer auf den PCs. Äh, da muss ich die mal laufig machen. Und das läuft halt aktuell nicht so. Aber, da wird was kommen. Äh, ich möchte auch, wenn es dieses Jahr rauskommt, Battlefield. Wer ist denn nochmal? Battlefield, nicht Battlefield 1. Nicht Battlefield 1. Äh, Battlefield 1 hat mal. Äh, Battlefield 5, ja genau, wo der Trailer so kacke war. Ähm, wollte ich ja eigentlich kaufen. Da bin ich mir aber jetzt ein bisschen unsicher. Aber ich wollte zumindest den Battlefield Backcompany 2 Multiplayer irgendwann mal machen. Weil ich einfach aktuell ein bisschen Battlefield Hype bin. Und ansonsten, äh, ja, wie gesagt, ähm, das sind jetzt erstmal so wichtige Projekte. Ansonsten, ähm, hab jetzt erstmal nichts von aussichtig. Werdet es vielleicht nicht, dass irgendwann mal hier irgendein Japano-Apigy wieder anfangen. Äh, weil ich jetzt mit Ni No Kuni 2 fertig bin. Und das, äh, hin und wieder halt ein bisschen helfen kann, weil man halt so viel grinden muss. Ähm, hab ich es jetzt gesagt? Ich hab's gesagt, das schneid ich raus. Welches? Das schneid ich, muss ich jetzt rausschneiden? Ach, der Max, Mann. Vielleicht hab ich es im Video schon dreimal gesagt. Ist mir wurscht. Zumindest das Tate-Spiel, was danach kommt, da muss ich immer sehr viel grinden. Das nervt mich. Aber, äh, danach wird, äh, definitiv auch irgendein Spiel kommen. Ich schwanke da immer noch zwischen meinen Xbox-RPGs, Blue Dragon und Lost Odyssey. Hier wird wahrscheinlich sowas in die Richtung kommen. So, äh, ansonsten, ein Recaps, kommt bis auch unten stetig, ich weiß. Aber, äh, ja, wenn sie kommen, kommen sie. Aber Boxings hab ich in letzter Zeit ein paar gemacht. Äh, find ich immer ganz nett. Und, ja. Das ist auch im Endeffekt das Wichtigste. Es gibt ja keine großen Sachen, Mann. Außer eine Sache, die würde ich Ihnen noch gerne ansprechen zum Ende des Videos. Und zwar, wenn das jemanden interessiert hat. Und zwar, ich hab ja hin und wieder so, einfach so, zum Beispiel, wo ich Mass Effect gespielt hab, Mass Effect gelivestreamt. Ich hab dazu jetzt nicht geredet. Aber ich hab halt, wie gesagt, ähm, äh, einfach so ein bisschen hochgeladen, weil ich einfach gedacht hab, halt, können wir mal testen. Ähm, und da hatte ich überraschenderweise, dass so viele Leute, also relativ viele, natürlich für meine Verhältnisse in den Chat geschrieben haben. Das hab ich einfach nicht gelesen, weil ich dachte, ich mach das. Also, wenn euch das genehm ist, dass ich irgendwelche Spiele, die ich halt spiele, Akteversa, Yakuza Kiwami, oder was, was ich dann halt auch mal spiele. Nächster Zeit will ich zum Beispiel ausgemacht ein bisschen Mad Max spielen. Ähm, dass ich die, dass ich da Livestream und dann halt, also nicht, wie gesagt, rede, aber dass da Chatte werden kann und alles mögliche, dass ich da rausschaue. Da müsst ihr mir das nur sagen, dann mach ich sowas gerne. Äh, es ist halt wie nur irgendeine Sache, das muss man mir halt einfach sagen. Und dann muss ich ja erwartet, nicht, dass ich da einfach sofort antworte, aber dann würde ich mich da schon bemühen. Also, wie gesagt, es ist nur so eine kleine Sache, wenn's euch gefällt. Gut, dann denke ich, haben wir auch das Wichtigste hier schon wieder gesagt. Ähm, das war's dann wieder für diesen Monat. Ich hoffe, wir machen nächsten Monat in den letzten Fall. Ich weiß nicht, wieso ich das immer vergesse. Ich bin halt einfach blöd. So, gut, dann war's das. Ich war's, euer Dempofix und bis zum nächsten Mal. Haut rein und wir sehen. Ciao.